Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Battlefield 3 Multiplayer natürlich Staincrossing spielen wir Concurus Large, also 64 Spieler Natürlich, Concurus Large Yes so, Muni Ist zwar auch so ein Versorger, aber... Also ein Sniper Den hab ich getroffen?! What the fuck? Wie hat der mich denn getroffen? T-90 Ich wollte gerade die Ammon noch weiter reinwerfen, aber Inka hat ja keine neue Aufzusammlung gehabt Oh Gott, Level 100 Okay, ist nur Schütze Das kann manchmal ziemlich gefährlich sein, wenn so nur Leute im Panzer sitzen So, das Ding bisschen dichter Das stört das Ding Gefährlich Wir sollen uns töten Mr. Pio Mr. Pio Oh Gott, oh Gott, er hat mich gesehen Ach verdammt, ich hab ja nur Muni Er, PG Er legt mich doch im Arsch Jetzt hab ich ein MG, ne? Mörser 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 gleich uncool B wird eingenommen Da würde ich jetzt am liebsten hören Das war Er hat mich am Arsch Ich hab keinen Bock mehr auf euch Au! Nachschub, 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 Nachschub Alter! Wie lange, wenn man gleich einer in den Rücken schießt Ach, könnte ja von hier gar keiner Die haben sich B schon wieder zurück geholt Ach komm, nicht mal mehr Punkte Wollt schon wieder We supply fashion ziehen Warum Warum denn mich Warum denn ich den Den vor mir Der da gerade quer rüber gelaufen ist Der nicht auf dich schießen wollte Ich hab ja sogar gesehen Das ist ja das Üble da dran Ach komm, ich bin ja natürlich wieder der Stirb Mein Scottkollege nicht, oder wie? Boah Nervig Ich hab doch keinen Gegner irgendwie im richtigen Schussfeld gehabt Alter Faller Alter Oh Gott Oh ist die einladen geflogen Alter Selbstsport Oh Gott Sagen wir mal so, ich bin eigentlich tot Ich regenerier mich Weit, schnell Weit, weit weg von der Granate Ich geh sogar von hier weg Ich will nicht, dass die Selbstheilung gerade aufhört Ich geh mal die andere Seite Ich schieß nicht auf den Panzer Ich schieß auf den einzelnen Soldaten, der da rüber läuft Da ist noch was drin Der kann eigentlich gerade gar nicht sein, wie schlecht der läuft Er spielt mit seiner Armbrust rum Da sieht man keinen Der Panzer durchschleichen Der Panzer durchschleichen Boah, First Kill Wohoo Suck it guy Mal schauen, ob da einer zu finden ist Na gut Keiner da Alles gut Außer Pavel United Der das nicht will Aber bei Pavel United Kann ich verstehen Wo ist unser Panzer hin? Verdammt Bin ich voll nicht da gerade oben reinlaufen Ich könnte es vielleicht mit Anvisieren versuchen Keine Granaten mehr Aber ich bin doch Versorger Warum mache ich denn keine Granaten mehr? Setze ich vor mir Mach mich Oh, da war noch einer Wo war der jetzt schon wieder? Ey Ich hab ja noch mit meiner Granate gekillt Wo ist die denn mit den geflogen? Ne, ich hab keiner geworfen Das war bestimmt der andere Dann tue ich wieder den Sniper Schuss ab Ist ja wieder mal logisch Zwei Kopftreffer, was ist denn gerade los? Ach komm Wotnik Aus dieser Distanz Das ist doch ein Scherz Das ist doch ein Scherz Das ist doch ein Scherz Scherz ist Wotnik Power Tut mir leid für den Ausdruck War nicht so gemeint Wollt alle Wotnik Fahrer nicht beleidigen Doch, eigentlich schon Aber Steht so ein Panzer Steht so ein Scherz Steht so ein Scherz Steht so ein Scherz Meiner! Das ist auch ein Scherz Jetzt brauche ich einen kleinen Zoom auf der Waffe Statt nur dieses Cobrasche könnt ihr wiederbeleben alt geklärt manchmal fühle ich mich ein bisschen verarscht ich laufe in die ecke und vergleich den schuss unser haus da habe ich nicht genug beim werfen meine granate will die hinten reinschmeißen bei denen das doch endlich deine granate da sind ganz so viele über den raum wechseln weil da eine granate lag wie aus dem ausgefallen also meine etage auch gott bedammte scheiße ja das war das war deine amokumpel ob gott ich dachte ich werde dir schon wieder aus dem fenster unglaublich der wirst der die kiste bis dort auf die straße das habe ich aber typisch ich habe hier einfach nur 70 punkte gemacht durch diese amokisten ok upala noch maus gefallen gern gern headshot das ding schießt doch auf dem madriff im kopf kannst du mir doch nicht mehr erzählen wir haben ihr habt ihr muni macht damit grad tausende punkte das ist auch noch mal muni gut ne da ist glaube ich gerade ein mein gott killt die doch einfach war hat irgendwie nicht so oh gott den effekt gehabt den ich gerne hätte der war ein sniper einfach nur so spreschen den trifft er eigentlich mehr ich habe irgendwann mal gesagt genie ein den du nicht gewinnen kannst und hier in die hand jetzt mal da hoch nichts ok gut ok ok ich weiß nicht was ich da für ein ziel für ein roll gesehen habe aber ich habe eins gesehen aber da war irgendwie nichts das es wird nachschub das ist ja noch besser als normaler nachschub ok ach komm meine schöne killstreak verdammt hatte ich auch so eine hohe aber muss ich ja ich habe 16 15 dammit da war ich zu offensiv ok ich wollte eine granate werfen ich hatte keine dann hatte ich meine waffe nicht in der hand aber ich wurde nochmal wiederbelebt kannst mich mal nicht ein drittes mal verdammt da kam ich jetzt nicht mehr von der granate weg weil imperial jackson kam das war mein erster kill und der zweite im team dem team das soll ja was heißen ok wo ist das ding denn hingeflogen auf jeden Fall nicht da wo es hin sollte ich hatte gerade c4 in der hand idiot der fliegt nicht weit genug pfff der stand da oben drauf warum killt der mich denn nicht einfach der hätte nicht mal auf mich geschossen noch ein gekillt der andere hat mich gekillt ich habe mir so gedacht der sniper kriegt mich sowieso nicht gekillt oder war noch einer 21 6 ist geil mag ich das sind ammo pieken wir mal das Chaos ab Pirie & Jackson war da mal wieder das ist einer cool Fosen Gimlet Sniper immer schön das pressen dann treffen die gar nichts Meine Leute sind ja gerade gestorben, weil da jetzt gleich einer hochkommt. Ja. Und der hat mich wieder mit seiner M4 weggerotzt. Das ist der Wahnsinn. Zum fünften Mal hat der mich gekillt. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich hab den einmal getroffen. What the fuck. Ich bin ein Schritt nach vorne gegangen. Ein einzigen, damit ich meine Granate richtig werfen kann. Gerade hab ich's nicht so mit Überleben. Fickt euch. Verdammt, jetzt ist die im Haus noch liegen geblieben. Wo ist der denn hin? Hilfe. Der sitzt ganz hinten. Oh, der hat den Donner gekillt. Gut. Ach komm. Der hat aus der Hüfte geschossen mit seiner scheiß AEK. Und mit nur noch einen Header. 4-3. Hab ich mit dem. Ist ja der Wahnsinn. Das ist ja eine Ammo. Ammo für jedermann. Hoppala. Wieder mal auf dem Haus gefallen. Der ist ja nicht wieder unten geblieben. Die Panze haut ab. Nur grad so gedacht mit. Ich spreng das Ding mal. Puh, schwerer Lauf. Cool. Jaja, der hat noch einen Kumpel. Oh nein! Komm, Medic, lauf, lauf, lauf. Danke. Vielen Dank. Ich krieg noch ein bisschen Ammo für. Boah. Komm, ich hab mich gerettet. Weil du mich gerettet hast. Rette ich dich jetzt auch. Die G3 nehme ich gerne. What the hell? What the fuck? Da lag mein M27, wollte ich gerade sagen. Fick dich. Mein Haus. Mein Haus. War der gar nicht. Verdammt, den hab ich denn gekillt. Hab ich den ersten gar nicht gekillt gekriegt. Warum fliegen die manchmal höher als manch anderem Mal? Was? Push da mal ein bisschen rein. Oh, das Beisichtung. Meiner. Ah, ich muss ein paar Kills machen. Oh, wir haben den Tank. Cool. The Forest Hill. Headshot. Im Flug. Combat Efficiency gab das sogar. Ich liebe das Combat Efficiency-Wirben. Krieg viel zu selten. Und viel öfter verdient. Ich tanke die ganze Zeit D. Nein! Double Kill denn gestorben? Verdammt! 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 Tagasoo! Da hebt mich auch keiner mehr auf, mitten auf der Straße. Kriegt ihr D? Ich bin nämlich nicht so weit... D flackert schon nicht mehr. Und spawnen wir E. Gehen wir einmal die Straße lang. Ob ich hier so abgehe. Nicht viel. Okay, dann gehen wir hinten rum nach D. Ach, meine Leute sind genauso schnell gewinnig. D ist finde ich... D finde ich guter. Da läuft gerade einer im Haus hoch. Weiße! Da bist du mal kurz nicht da. Und schon noch holen wir ins Haus zurück. Wo wurde ich denn gerade beschossen? Ich sag von, wo wurde ich denn beschossen? Ich muss ein Spam! Aus Eingang schützen. Soll ich mal wieder kein Leben kriegen? Aber wir sind gleich durch. Ich nehm mal einen, ne? Hallo, Chicken. Ich glaube, ich kenne Granaten mehr. Ich habe auch eine Granaten. Verdammt! Ich habe die zu spät gesehen. Verdammt! Ich habe sie zu spät gesehen. Ich bin 16. Ich brauche doch nur noch einen Schuss. Also. Ja. Ich habe mich vielleicht nicht gerade super genial. angestellt. Gebe ich ja zu. Ich war killgeil. Ich will hier weg. Das ist gefährlich. Kein mitgenommen. Weg hier. Gefährlich. Zu gefährlich. Meine Verhältnisse. Das ist irgendwo eine Lebensbox, die mich auffüllt. Das ist gut. Oh Gott. What the fuck? Wie schnell bin ich hier umgefallen? Mortar. Idiot, würde ich eher sagen. Statt Mortar. Aufford! Das ist mein Ohch! Pass das die support an. Stimmt! Was? Ist der im Haus? Das Ding hat mir einer schön vor die Füße geschossen. Ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich hinlaufen soll. Da war er! Mit seiner A190. Ich könnte sagen, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Das gibt es gerade gar nicht. Wie oft ich gegen die M4 fahre. Verkack einfach nur. Das ist eigentlich idiotisch, wie oft ich gegen diese Waffe gerade verkacke. Kann ich da nicht stehen. Ich habe noch einen, der versucht ins Haus zu kommen. Da war einer. Ich glaube, den hat aber vor mir noch einer gesprengt. Schöne Runde. So würde ich das immer sehen. Und ich konnte seit langer Zeit mal wieder ein bisschen mit C4 rumspielen. Fand ich auch gut. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. 36 Kids. HD von 2, 8. Längste Serie 8. Schön. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Genauso wie mir. Also mir hat es Spaß gemacht. Okay, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten paar wieder. Auf heute, es ist immer Schluss. Ciao.